So, wieder bei der Boja, mit der Goal. In 2.5 rofft mir noch Garten-Norm-Beamten. Ich hoffe, Goal passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Guckt sie nicht hin. Ich spare mir mein... Au! So cool. So und dann? Au! Was war das? Hast du das auch gehört? Klang ziemlich erbärmlich. Ja, hab ich. Naja, ich glaube nicht, dass wir uns vor einem Tier fürchten müssen, das solche Geräusche macht. Wahrscheinlich ist es behindert. Mist! Solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Aha! Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was uns zu Plan B bringt. Dann B. Mit diesem Mickrige keine Sch- Genius! Was war das? Miau! Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Tö. Ha! Dummes Tier! Gut, dass ich so schnell geschaltet hab. Gut. Dann können wir da raus. Au! Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Was? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Jetzt? Ich kann nicht die Organ- Die würden aber mir reichen schon zwei. Haha, wie bescheuert. Haha, wie b- Ich spare mir meine- Zurück. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ich kann nicht näher die Or- Ich kann nicht die Organ- Ich kann nicht die Organ- Ich spare- Ich spare- Zurück. Ich spare- Gar nicht. Ich spare- 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 Ich spare mir meine- Jetzt hab ich es auch gehört. Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist Paranoi- 2 0 17. Verrückt? Ja. Ich- 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 Das ist ein Lacher. Tja, Gaul da guckste, wa? Da hab ich wohl einen Gaul geschossen. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Please. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Gaul, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich! Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponiana durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah! Yeah! Ja, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter vier Augen sprechen, Herr Botschafter? Äh, natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch! Okay, wir sehen uns dann ja gleich. Richtig? Tudelüh! Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Gohl müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik. Ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Dann sind alle glücklich. Richtig? Ja! Alle bis auf die Deponianer! Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab! Fuck! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht... Störe ich? Rufus, na endlich. Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Ja, Cletus. Sonst was? Scheust du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Ja. Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist ein Duju? Ähm, fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Du lachst doch. Dass ich nicht lache. Hey, ich habe dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich habe dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Mach das unter euch aus. Aber, Rufus. Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit. Dass ich nicht lache. Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen? Passt ja. Ich werde mir in der Tasche ein und klaue ihm. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon sein werden. Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Spricht du von der Seuchengefährdungsklasse? Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Ich lege mein Kram mal hier hin. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Spricht du von der Seuchengefährdungsklasse? Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen. Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. So, es reicht. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal ges- Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das- Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und dieser Ein-Mann-Flo-Zirka-Kanata- Und sie mit, es gibt- Oh, Himmel. Ach so, Scheiße. Was ist denn jetzt? Dein Hängearsch. Mein Mutter mal, du Dämmlack. Ich lege das unter Hause. Was tust du? Lass das! Aus! Witzig. Aber noch nicht witzig genug. So eine Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Oh, oh, oh. Nein! Nicht! Wie geil. So, mein Opa. Ja, da hängt ein Knacker. Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los! Nach Elysium! Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis! Ich? Nein! Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt. Hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla, 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 bla. Halt du dich da raus. Goal? Glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen! Dass ich nicht lache! Goal! Er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach! Goal, nicht! Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Fuck. Und jetzt? Oh, Goal. Es tut mir leid. Bravo. Mach auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Hä? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey! Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Data-Tassette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein. Das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja. Mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so. Ja? Nein? Ähm. Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon. Aber... Na dann. Auf nach Elysium. Oder wie? Okay. Uh, Goal. Ja? Es ist so. Ich bin ganz ohr. Weiter. Okay. Also... Voll die Framer. Was stammelst du denn so rum? Du, Goal. Raus mit der Sprache. Ähm, folgendes. Das ist so. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin hab ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen. Es nicht zu tun, wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudo-Bewusstsein aus dem Kopf. Und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datacette besser auf mich zu sprechen.